Hallo und herzlich willkommen. Ich muss euch noch ein paar Dinge sagen, bevor ich euch quasi ins neue Jahr entlasse. Erstmal ist heute mehr oder weniger unverhofft die MiG-3 rausgekommen und ich werde natürlich wie immer ein Video dazu machen, also quasi ein Hands-on-Video, wie ich das jetzt bei allen Flugzeugen vorher schon gemacht habe. Nur ist es so, dass die MiG-3 schon ein bisschen spannender ist, finde ich. Und deswegen wollte ich mir ein bisschen Zeit dafür lassen, um quasi die auch ein bisschen zu sehen, selber ein bisschen mehr zu fliegen und auch quasi gegen sie zu fliegen. Und da brauche ich natürlich ein paar Tage Zeit. Ich hoffe, ihr versteht das. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Ja, und ja, dann kann ich mal ausnahmsweise vielleicht ein etwas, ja, besser gebildetes Urteil fällen. Ja, das werde ich dann die Tage machen. Außerdem habe ich trotzdem schon einen Flug gemacht, in dem ich nicht die MiG-3 fliege, aber quasi gegen die MiG-3 fliege und quasi meinen ersten Kampf gegen die MiG-3 bestreite. Und den Clip lasse ich ja jetzt hoffentlich gerade laufen. Ihr seht also selbst, es war auf jeden Fall ein harter Kampf. Ja, das andere Urteil seht ihr dann später. Nein, ich will natürlich niemanden hier verschmähen, aber ja, wir werden sehen. Es bleibt auf jeden Fall spannend mit dem Ding. Und eine andere Sache, die mir noch wichtig ist, ist natürlich euch schöne Feiertage zu wünschen, denn es ist ja wieder soweit. Die meisten werden jetzt hoffentlich schon im Urlaub sein. Ich bin es jetzt auch. Und wollte euch einfach schöne Feiertage wünschen und einen guten Rutsch. Eben mit allem, was dazugehört. Und ich selber werde auch irgendwie unterwegs sein bei der Family. Und ihr wisst ja, wie das ist mit der Familienplanung etc. Das ist immer so ein bisschen drunter und drüber. Zumindest bei mir ist es immer so. Und das heißt, ich kann jetzt nicht garantieren, wann was von mir hier hochladen wird. Aber ich bin auf jeden Fall immer mal wieder da und ich denke schon, dass ich es irgendwie gebacken kriege. Wenn nicht, oder wenn ihr natürlich im Skiurlaub irgendwo seid oder sowas Schönes, dann wünsche ich euch ganz erholsame Tage. Und ja, wir sehen uns dann, wann auch immer das sein möge, im neuen Jahr vielleicht. In diesem Sinne, macht es gut. Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.